Das Comeback des klassischen Thrillers. Beim Mord sind viele verdächtig, aber nur einer kann schuldig sein. Theresa Russell in Die Anwältin. Ich habe das Motiv, ich habe die Methode, die Mordwaffe und die Blutgruppenidentität. Ich werde den schlüssigen Beweis erbringen, dass Joe Paris der brutale Mörder von Jake Farley ist. Der Staatsanwalt hat Beweise. Ich schlage Ihnen einen fairen Handel vor. Sie können das nicht gewinnen. Die Verteidigerin hat Ehrgeiz. Du hast das Leben dieses Mannes in der Hand. Ich weiß genau, was ich tue. Durch Zeugen der Verteidigung wird sich erweisen, dass mehrere Personen Motiv und Möglichkeit hatten, Jake Farley zu töten. Der Verdächtige hat einen Ruf. Strangulieren ist offenbar seine zweite Natur. Du hast Freunde jetzt sehr nötig. Ich habe schon genug Freunde. Wer mag sie eigentlich, Joe? Nur sie. Es gibt zu viele Zeugen und zu wenig Wahrheit. Joe war bei mir in der Nacht, als Farley getötet wurde. Die Beweise scheinen eindeutig. Du hattest Blut an der Stirn und dein Hemd war auch blutbeschmiert. Sie will die Wahrheit finden. Selbst wenn sie tödlich ist. Verschwinden Sie sofort! Ich bin jetzt gewöhnt, Dinge so zu regen. Nach dem Erfolgsfilm Die Schwarze Witwe ist Weltstar Theresa Russell die Anwältin.